So, Freunde, wir müssen jetzt diesen schönen Tag auch noch ein entsprechendes Motto verleihen, das haben wir bestimmt schon nicht getan. Und zwar tun wir das mit einem Song von einer jungen Frau, mit der waren wir vor etwas weniger als zwei Jahren auch hier in Dresden zu Gange, und zwar im Alpenstadthof. Da haben wir 20 Jahre der Fireworks gefeiert. Wer war von euch dabei? 20 Jahre der Fireworks. Verschiedene überlegen noch, ob sie sich erinnern können. Es war eine straffe Party, ich meine, so lach 4,5 Liter und 5 Vollies, Fetty, Büss, auch nicht mehr. Aber es war eine tolle Party, 20 Jahre Fireworks im November 2012, und da war sie eben dabei, die First Lady of Run the Golden, Country Music, Wanda Jackson, und ich spät hier nun jetzt das Wort für heute. Heute geht es nämlich sehr lange. Geht es heute lange? Ja! Die Lange! Ich bin bis zum Schluss, der Max, bis zum Schluss. Und das zeichnet uns aus. Genau wie beim Song, den kriege ich auch bis zum Schluss. Von Anfang bis zum Schluss. Das erste Anfang deiner Stunde. Dazwischen der Song, What, hätte ich was gesagt, Let's have a party! Ja! 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018